Hallo liebe Zuschauer, ich grüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Sendung. Zu Gast habe ich heute den Marcel Pior. Marcel, ich grüße dich. Hallo. Der Marcel wird uns heute etwas erzählen über etwas, was er persönlich recherchiert hat. Ich sage nur mal so ein Stichwort, Jodtabletten. Es geht los nach dem Jingle. Marcel. Marcel, vielleicht mal zwei, drei Sätze zu deiner Person. Ja, mein Name ist Marcel Pior. Ich komme vom Niederrhein. Bin in der Interior-Welt als Interior-Designer eigentlich tätig. Gehe aber auch meiner Berufung nach, was Heilsteine angeht. Und lasse mich da auch immer gerne führen, so wie auch mit dem Thema Jodtabletten, wo wir jetzt gerade mit anfangen, was schon seit zwei Jahren bei mir fertig liegt, aber bisher noch keine große Reichweite bekommen hat. Jodtabletten. Kannst du mal ganz kurz erklären, wofür sind Jodtabletten gut? Jodtabletten auf Jodt wird geschworen schon seit Jahrzehnten im Falle einer radioaktiven Strahlung. Ob es jetzt durch eines Krieges verursacht ist, das heißt in Form einer Bombe, oder durch einen nuklearen Unfall eines Atomkraftwerkes, wird schon seit den 70er Jahren Jodt angewendet. Und ja, und da ist auch einiges im Umfang, was man dazu wissen sollte. Also ich kenne das nur, dass man da keinen Kopf bekommt, weil da irgendwas zu wenig in den Lebensmitteln im Wasser ist. Wir kennen das mehr so aus den bergigen Gegenden, Bayern und so weiter, wo die Leute dann mit so einem riesigen Kopf unterm Kinn rumgelaufen. Das ist ja im Bereich Nahrungsergänzung, wenn wir da dann nennen. Ganz genau. Es ist aber so, dass man da in der Forschung entwickelt hat, dass Jod Radioaktivität binden kann, das heißt im Körper. Und abführt sozusagen. Und abführt in dem Fall, also vor allem erstmal aufnimmt und bindet, was in dem Falle eine sehr harmlose Substanz auch letztendlich ist. Also keine, ich sage jetzt mal, was wir jetzt in den letzten Jahren ja hatten, haben wir sehr viele Streitigkeiten wegen verschiedenster Substanzen gehabt, ob die gut oder schlecht sind. In dem Falle von Jod sprechen wir von etwas, was eigentlich sehr harmlos ist, weil das kannst du sogar im Kochsalz kaufen für deine Küche zu Hause. Also, ja, das ist eigentlich sowas, so wie wir das Jod als Substanz bisher kennen. Genau. So, jetzt geht es ja bei dir mit dem Jod um was ganz anderes. Allerdings. Du hast da so ein bisschen Nachforschung angestellt, hier und da was aufgeschnappt, dich da ein bisschen tiefer reinbegeben in den Kaninchenbau des Jodes. Was hast du da rausgefunden? Ja, also es war viel Recherche gewesen. Ich habe da über ein halbes Jahr habe ich daran rumgeforscht und auch letztendlich einige Quellen gefunden. Und zwar, wo Jod das erste Mal zum größten Teil angewendet wurde. Das war in den 80er Jahren zu Tschernobyl gewesen. Uns allen ist auch durch diesen Unfall, ob er jetzt, welchem Ursprung er auch ist, ist uns allen bekannt, was bei einer radioaktiven Strahlung das Ganze für Folgen haben könnte. Das heißt also Missbildungen bei Neugeburten, Schwangerschaftsabbrüche, Krebsgeschwüre oder sehr stark wachsende Krebsarten. Und da bin ich dann so ein bisschen darauf aufmerksam geworden, wo ich dann, weil ich, war das 2021, wo AstraZeneca angefangen hat, auf den Markt zu gehen, sehr populär war. Und ich da schon wusste, dass da eine Verbindung zu Grünenthal ist. Und Grünenthal bereits in den 60er Jahren, also in den 1960er Jahren ja nun mal schon in Deutschland sehr bekannt ist oder war. Viele werden sich da noch daran erinnern können an den Skandal von Grünenthal, die Ende der 1960er Jahre dann schuldig gesprochen wurden wegen dem Konterganskandal. Wir hatten da im Grunde auch schon Missbildungen und Fehlleitungen, was Geburten angeht, Abbrüche. Und Grünenthal hat in den vergangenen Jahren vor dem großen C schon einige Lizenzen von AstraZeneca gekauft. Wo ich dann die Verbindung schon gesehen habe und dachte, irgendwas sollte man doch da mal ein bisschen tiefer recherchieren. Und bin da halt auf folgendes Ergebnis gestoßen. Und zwar kennen wir aus der AstraZeneca-Zeit von vor drei Jahren halt auch viele Nebenwirkungen, die mit Schwangerschaftsabbrüchen zu tun hatten. Und bin dann da so ein bisschen weiter in die Tiefe gegangen oder im kaninischen Bau, wie du es gerne sagen möchtest. Und habe da entdeckt, dass die beiden nicht nur rechtlich lizenzrechtlich in Verbindung stehen, sondern auch mit einer Holding rechtlich in der Auseinandersetzung standen vor ungefähr zehn Jahren. Und zwar eine Holding in Österreich, die zum größten Teil J-Tabletten herstellt. Und die haben ein Präparat auf den Markt gebracht, dessen Lizenze bei AstraZeneca lagen. Das heißt also eigentlich hätten sie es gar nicht auf den Markt bringen dürfen. Und diese Holding aus Österreich, die auch einem Ex-Minister gehört, also eine Familienholding, die machen den größten Anteil an J-Tabletten, welches auch in der Bundesrepublik und in den ganzen vielen Nachbarländern vorrätig zum größten Teil eingekauft worden sind. So und jetzt haben wir eine sehr große Bedrohung, wie wir es schon in den letzten Jahren gesehen haben. Erstmal hatte ich gedacht, es könnte mit dem Ukraine-Krieg erstmal daran liegen, dass das Atomkraftwerk dort in Kiew häufig attackiert wurde. Und Tschernobyl war ja jetzt auch nicht gerade anders weit weg gewesen. Das heißt also, sind da schon ein paar Parallelen, was das angeht? Wir hatten damals zu der Zeit, als Tschernobyl gewesen ist, ich weiß nicht, ob du kannst dich wahrscheinlich auch daran erinnern, und was auch so in den Medien rumgelaufen ist. Das heißt also, wir hatten da dieses Tschernobyl-Unglück. Ich kann mich noch daran erinnern, weil man hat damals das Leitungswasser schon für kontaminiert erklärt. Das heißt, wir sollten uns ja aufgrund dieser nahekommenden Wolke, diese Atomkraft-Explosionswolke, die ja dann durch Regenwasser sich überall niederlässt, sollten wir uns schon vom Leitungswasser fernhalten. Ich bin da selber damals als keines Kind da sehr panisch gewesen und habe mir dann auch gedacht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Atomangriff seitens des Russen nach Deutschland geologisch schon gar nicht wirklich möglich ist, weil würde er hier eine Atombombe hochjagen, würde auch in andere Richtungen das Gleiche mit einer Wolke passieren. Radioaktive Fallout sozusagen. Genau, das heißt also, würde er jetzt hier in der Mitte von Deutschland eine Atombombe hochjagen, um uns anzugreifen, würde er im Grunde sein eigenes Land verpesten, weil diese ganze Radioaktivität eigentlich selber zu Russland zurückziehen würde. Die Wahrscheinlichkeit ist also deswegen sehr gering, weil so blöd ist der ja nicht. oder so blöd schätze ich ihn nicht ein, das wird er mit Sicherheit wissen. Es kann also auch dazu kommen, dass man einfach so etwas simuliert, um uns so etwas vorzuspielen. Das heißt, man könnte zum Beispiel auch, ganz kurz, wir haben jetzt ja gerade diesen Fall gehabt, dieses bekannte Interview, was er geführt hatte und kurz danach ist das ja dann mit Nawalny passiert. Das heißt, das ist ja auch eine ganz raffinierte Nummer, ihm jetzt wieder was unter die Füße zu schieben, damit der Hass gegen ihn wieder entfacht. So, jetzt könnte man das Gleiche aber auch mit einer inszenierten Explosion hier in Deutschland machen. Und dann kommen auch die J-Tabletten zum Einsatz. Du wolltest gerade was fragen. Ich wollte was fragen, ja. Und zwar einfach zusammenhangstechnisch sprechen wir gerade über J-Tabletten und dass da eventuell eine False Flag, sage ich jetzt mal, das habe ich jetzt gerade so rausgehört, stattfinden könnte, da du dem Putin nicht zutraust oder den Russen nicht zutraust, dass die einen Erstschlag bringen würden oder ähnliches. Dabei geht es ja jetzt um die J-Tabletten als solche. Das ist natürlich, wenn ich jetzt einfach nur zugehört habe bis jetzt, kann ich mir denken, okay, super, gut, dass wir eventuell J-Tabletten haben, haben wir, wie du gesagt hast. Die J-Tabletten sind in Millionenhöhe bevorratet eingekauft worden. Genau. Ich selber habe das auch durch eine Bekannte gehört, die mir erzählt hat, dass sie eine befreundete Apothekerin gefragt hat, sagt mal, habt ihr auch in eurem Absperrraum, wo keiner rein darf, J-Tabletten gehortet? Diese Apothekenangestellterin ist dann ganz nervös geworden und sagte, um Gottes Willen, da darf ich gar nicht drüber sprechen. Was ich sehr verwunderlich finde, ich meine Vorsorge, warum darf man nicht über eine Vorsorge sprechen? Ja. Sie sagte, ja, sagt das aber niemandem weiter. Ja, wir haben da auch welche. Das ist aber, wir mussten alle unterschreiben, dass wir das nicht weitersagen und dass das nicht an die Öffentlichkeit kommt, dass wir sehr viele J-Tabletten hier im Lager geordert haben. Ja. Das wollte ich mal eben einwerfen, um den Zuschauer mitzunehmen, um was es hier eigentlich geht. Es geht nicht unbedingt um einen Erstschlag oder einen nuklearen Unfall oder sowas. Es geht in erster Linie um diese J-Tabletten. Korrekt. Warum werden so viele eingelagert und warum werden wir ständig bombardiert durch die Medien, der Putin könnte oder das Atomkraftwerk könnte und hätte und täte und Gott, was machen wir da nur? Kleine, schmutzige Bombe, Deutschland will auch die Bombe, etc., etc. Davon werden wir ja im Moment berieselt hoch 10. Wie ich gerade schon gesagt habe, es geht nicht in erster Linie eben um einen Atomschlag oder ähnliches, sondern, wenn ich dich richtig verstanden habe in unserem Vorgespräch, es geht um diese J-Tabletten. Yes, so ist es. Was ist mit denen? Was hat es damit auf sich? Wie ich jetzt gerade schon so ein bisschen grob erklärt habe, habe ich erstmal die Vermutung, dass in den J-Tabletten das Gleiche steckt, wie damals in Kontergan und in den AstraZeneca-Präparaten. Und da ist wieder die Masche, das Ganze mit der Angst in Verbindung zu bringen. Also man kann jetzt, wie bei C kann man das Ganze zurückverfolgen. Da hat man Angst verbreitet mit einer unsichtbaren Gefahr. Und man hatte auch eine Lösung für diese unsichtbare Gefahr. Das Gleiche hätten wir dann auch wieder. Das heißt also, wie du gerade schon sagtest von der Bekannten, da komme ich gleich auch noch zu, die J-Tabletten sind bevorratet in Apotheken, in Bürgerhäusern, Rathäusern und sind für den jeweiligen Notfall dann abzuholen. Und sind auch abgezählt und alles und werden auch regelmäßig erneuert. Das heißt, die haben genauso ein Verfalldatum wie alle anderen Tabletten auch oder alle anderen Medikamente auch. Und wenn diese erneuert werden müssen, dann werden die von den Apotheken nicht einfach selber entsorgt, sondern werden abgeholt zur Entsorgung und werden in dem Fall erneuert. Das könnte somit einer der Grund sein, warum die da nicht drüber sprechen dürfen. Dass die schon fachgerecht entsorgt werden müssen, ist schon so ein Fall, dass das Ganze schon so ein bisschen für eine harmlose Substanz wie Jod eigentlich schon das Ganze ein bisschen aufleuchten lässt. Also auch für den Hausgebrauch. Also wer sich selber Jod-Tabletten kauft, bevorratet, hat auch einen Warnhinweis in diesen Packungen mit bei, dass diese so sondermäßig entsorgt werden müssen und nicht einfach in den Hausmüll gehören. Was natürlich ein bisschen seltsam ist. Entschuldige, wenn ich dich gerade unterbreche. Wir haben Jod-Salz, Jod hier drin, dort drin, sonst was. In Einlebensmitteln. Da steht das aber nicht drauf. Da steht es nicht drauf, ja. Dass das Geld an der Zeit verdirbt und man das dann nicht mehr zu sich nimmt. Du könntest im Grunde das Salz aus deiner Küche in die Toilette schütten. Also es steht auf jeden Fall nicht drauf. Ganz genau. Aber wenn es um Tabletten, Jod-Tabletten geht und im Speziellen, sage ich jetzt mal, von der Firma, die du eben genannt hast, wahrscheinlich, ja, da die ja dann Monopol haben, zusammenscheinen, wie du gesagt hast. Schätze ich mal, ja. Es gibt auch ein paar andere, die das herstellen, aber es muss ja nicht heißen, dass nicht überall das Gleiche drin ist. Ja. Können wir die Dinge ja ruhig beim Namen nennen. Wir sind ja bei YouTube, das ist ja ein freies Medium. Da braucht man keine Angst haben, dass man wegen irgendwelchen Aussagen gelöscht oder gesperrt wird. Danke nochmal für YouTube, ja, dass ihr also wirklich so toll mit der Zensur umgeht und wirklich, ja. Nennen wir das Kind beim Namen. Was befürchtest du, was in diesen Jod-Tabletten drin ist? Ich befürchte, dass da alles andere drin ist, als für das es gedacht ist, sondern eher eine Kombination aus Kontergan und, also einem Mittel, was für Abbrüche von Schwangerschaften ist, für Missbildungen von, bei Geburten sorgt und für einen rasend, also einen sehr stark rasenden Krebsbefall, den wir halt jetzt auch schon bei AstraZeneca gesehen haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch in den 60er Jahren vielleicht ein Testlauf gewesen ist für alles, ob man so ein Präparat auf den Markt bringen kann, das diesen wünschenswerten Effekt hat. Dann hat man das Ganze im großen Stil in Tschernobyl getestet und in Fukushima und hat da eigentlich dieses Ergebnis dann bekommen. Wir würden ein Szenario erleben, wo viele Menschen Todesängste haben und gehen da gedankenlos natürlich dann an so ein harmloses Präparat wie Jod ran. Das heißt, wer in den letzten Jahren sich schon vor dem einen oder anderen bewahrt hat, würde da mit Sicherheit drauf reinfallen. So und die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen lokalearen Befall haben, halte ich für sehr gering. Ob es jetzt ein Atomkraftwerk ist, was in die Luft geht oder ob es eine Atombombe ist, die ich auch für sehr unwahrscheinlich halte, weil, wie gesagt, wir geografisch einfach zu nah an Russland dran sind, dass er diese einsetzen würde. Ich sage mal, für den Russen wäre der Einsatz in den USA oder in Japan eher geeignet, aber um sein Land selber nicht zu schaden, ist Deutschland einfach zu nah. Das ist also der Grund, weswegen ich das halt für sehr wahrscheinlich halte, dass man das Ganze auch so als Red Flag das Ganze macht, dass hier eine Bombe hochgejagt wird oder eine Explosion. Man sagt, er war es gewesen, um dann gegen ihn den Hass zu schüren, aber auch gleichzeitig die Angst, dass man etwas machen muss, um sich selbst zu schützen. Und wir haben es in den letzten Jahren ja sehr groß, im großen Stil erlebt. Das heißt zum Beispiel, du hast diese Gefahr, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, und dann hast du die Menschen untereinander wieder. Das heißt, der eine sagt, ich gehe mir jetzt die Jotablette abholen, und der andere sagt, nee, ich mache es lieber nicht. Ich habe da Bedenken. Und dann sagt der eine, ja, dann strahlst du aber, und dann bist du für mich eine Gefahr. Und wir haben das Gleiche eigentlich wieder, diese Spaltung, wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben. Nur geht es diesmal um was anderes. So, und da wird es dann auch heißen, das ist nur Jot, Leute. Wo ist das Problem? Ihr seid jetzt eine Gefahr für andere. Wenn ihr das nicht nehmt, werdet ihr strahlen und im Umkreis von dem, je nachdem, was man uns da sagen wird oder was man den Menschen sagen wird, andere dann in Gefahr bringen können. So, das heißt, man drängt dann wieder, der eine drängt den anderen wieder dazu, sich etwas Ähnliches zu geben, wie was wir es in den letzten Jahren schon hatten. Gut. Ohne eigentlich wirklich ein Szenario zu haben, weil es ist halt wieder eine Gefahr, die nicht sichtbar ist. Und du könntest natürlich losgehen und könntest mit diesem Gerät, womit man Radioaktivität messen kann, selber losziehen. Es muss aber nicht heißen, dass diese Geräte, die man kaufen kann, richtig eingestellt sind. Das ist auch nochmal so eine Sache. Also man müsste wirklich so ein altes Messgerät haben, was man früher hatte, was nicht so digital läuft, wie es heute ist, sondern man müsste wirklich ein altes, ja, kein digitales, sondern analoges Gerät haben, was du aber nicht mehr kriegst. So, das heißt also, selbst da könnte viel passieren, was, ja, was wieder zur nächsten Spaltung bringt. Nun muss man dazu sagen, liebe Zuschauer, dass das natürlich alles reine Spekulation ist. Es ist eine Zusammenführung von seltsamen Begebenheiten, seltsamen Eindrücken, die man so bekommt, wenn man die Gesamtszenerie sich so bezüglich dieses Themas so anschaut. Worauf basiert oder wie kam es bei dir dazu, dass du diese Befürchtung, sage ich jetzt mal, dass die sich bei dir manifestiert hat? Durch die Verkettung der ganzen Industrien, die dahinter stecken. Das heißt also jetzt erstmal, Grüntal ist zwar schuldig gesprochen worden 1969 oder 68, hat aber keine, wurde nicht geschlossen. Also die haben keinen weiteren Handlungsverbot bekommen. Das heißt, die sind auch noch sehr aktiv im Hintergrund. Und da deren Namen natürlich einen bitteren Beigeschmack hat, halten die sich auch sehr zurück. Dann ist der Geschäftsführer, der seit 2016 AstraZeneca leitet, war bis 2016 bei AstraZeneca in Japan gewesen und ist jetzt der Geschäftsführer von Grüntal. was auch schon wieder sehr nah beieinander liegt. Dann wurden von denen Rezepturen, wo die lizenziert sind, Rezepturen geklaut von Pharmaindustrien, oder von einer Pharmaindustrie, die Jodtabletten herstellen. Und das war für mich eigentlich eine sehr klare Verbindung, weswegen das Ganze sehr naheliegend ist. Nun hattest du ja erzählt, in Tschernobyl und in Japan hatten wir ja auch große Probleme mit verseuchten Gegenden, mit Menschen, die betroffen waren. Weißt du denn davon, dass dort auch genau diese Jodtabletten zum Beispiel zum Einsatz gekommen sind? Nein. Also das kann ich jetzt nicht bestätigen, dass dieser Holding aus Österreich zum Beispiel diese dafür, oder ich kann es nicht bestätigen, weil das vom Zeitrahmen her gar nicht möglich ist. Also ich sage jetzt mal, Tschernobyl ist zu lange her und dieses Präparat, welches in Österreich hergestellt wurde, ist in den letzten zehn Jahren entwickelt worden. Ah ja. So, das heißt also, es kann aber auch direkt sein, dass direkt von Grünental aus sowas über eine andere Pharma dann gemacht worden ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass Grünental da keine Lizenz dann mehr hatte für dieses Kontergang. Du kannst es ja mit einem anderen Namen benennen. Und es kommt ja auch keiner, der wirklich diese Verpackungen richtig lesen kann. Das heißt, die werden ja einzeln ausgegeben und nicht als Packung mit Packungsbeilage. Das heißt, was wirklich dann, wenn es soweit ist, das ist das Gleiche, was wir ja mit den Impfzentren hatten, hat auch keiner genau durchgelesen, was da drin steht. Und das wird in dem Falle genauso sein. Oder ich vermute es mal, ich kann mir gut vorstellen, dass es genauso sein wird, dass das Ganze ähnlich läuft. Das heißt also, wer diese Jod-Tabletten für Tschernobyl und Fukushima hergestellt hat, habe ich noch nicht recherchiert. Sagen wir mal so, das ist mir noch nicht bekannt. Aber es wäre mal ein guter Ansatz. Das ist auch mal nennenswert, danach zu forschen. Jetzt hat man ja die Geschichte gehört von dieser Apotheken-angestellten Person. Wie kann es denn sein? Oder war das vielleicht auch ein Grund mit für dich, da etwas hellhöriger zu werden, dass sowas als geheim eingestuft wird und niemand etwas angeht, dass das hinter verschlossenen Türen auch bewahrt wird und Mitarbeiter einer Apotheke zum Beispiel da unterschreiben müssen, dass sie darüber nicht reden in der Öffentlichkeit. Hat dich das irgendwie getriggert? War das der Auslöser dafür? Das kam noch, das kam noch obendrauf. Also ich sage jetzt mal, die erste Recherche, die hatte ich im Oktober 2022 beendet. Und das mit der Einlagerung und Entsorgung und dem Stillschweigen, das ist erst in den letzten Wochen noch dazu gekommen, was dem Ganzen halt noch oben einen draufgesetzt hat und das Ganze eigentlich noch mehr in der Zusammenhalt doch sehr gut passt. Eigentlich würde man ja davon ausgehen, dass wenn unsere Regierung sozusagen eine Vorsorge trifft, gesetzter Fall, da könnte mal was passieren, dass sie das ja eher publizieren, ja, um sich selber einfach darzustellen als wir kümmern uns, wir sind für sie da und wenn irgendwas ist, da sind wir doch die Allerersten, die helfen. Ja, genau. Sie wird allerdings ein Tuch des Schweigens drübergelegt. Niemand, der in irgendeiner Form mit der Lagerung beziehungsweise mit dem Besorgen und so weiter von Jod-Tabletten zu tun hat, darf darüber öffentlich irgendetwas sagen. Das klingt mir doch auch, und da muss ich dir auch recht geben, recht seltsam, weil Jod an sich ja erstmal etwas relativ harmloses ist. Das ist ja nun nicht etwas, wenn ich das, was weiß ich, meinem ärgsten Feind in den Kaffee schmeiße, dass ich in den 10,5 von 10 Minuten los bin oder so. Gut ausgedrückt, ja. Also warum dann diese Geheimniskrämerei, hast du dich wahrscheinlich gefragt. Ja, und ich sag mal, es fing jetzt auch gar nicht so geheimnisvoll erstmal an. Ich konnte mich daran erinnern, als Jens Spahn Gesundheitsminister wurde, dass so eins seiner ersten Amtshandlungen gewesen ist, Jod-Tabletten in Vorrat einzukaufen. Das war ja noch Zeit vor dem großen C. Und ich hatte es aber trotzdem da schon beobachtet, weil er damit mir das erste Mal schon aufgefallen ist, als er damals in sein Ministeramt getreten ist. Und dann ging das halt los, wo diese ganzen Verbindungen aufgefallen sind. Und genau wie du gerade sagtest, diese ganzen Vertrauensversprechen, die genau von den Leuten kommen, die eigentlich das Problem oder die Angst schänden und gleichzeitig auch diejenigen sind, die die Lösung dann haben. Das ist halt ja diese typische psychologische Rolle, wie du jemanden in deinen Bann ziehen kannst, ja. Ja, es ist genauso wie mit vielen anderen Dingen es auch war, bevor überhaupt das Problem da war, lag die Lösung schon mit in der Schublade und konnte dann innerhalb aller kürzester Zeit angeboten werden. Das finden wir ja sehr oft in der Geschichte. Jetzt wollen wir natürlich die Menschen hier nicht verrückt machen. Nein, im Gegenteil. Verrückt machen lassen. Gott des Willen, Finger weg, wenn es dazu kommt, von diesen Jod-Tabletten, die da ausgegeben werden. Wir wollen hier auch keine medizinischen Ratschläge geben. Das dürfen wir auch gar nicht. Trotzdem wollen wir die Menschen natürlich zum Nachdenken anregen. Ja, und das früh genug. Ganz genau. Was würdest du den Menschen somit auf den Weg geben bezüglich diesem Thema? Ja, genau das ist ein guter Punkt. Jede Art von Bedrohung, die auf uns zukommt, sollte wirklich gut bedacht sein. Ob die wirklich so bedrohlich ist oder nicht. Und ob die Lösung wirklich auch die richtige dafür ist. Oder ob es andere weitere Möglichkeiten gibt. sind wir wirklich dann einer radioaktiven Bedrohung ausgesetzt? Oder spielt man uns das Ganze so vor, dass wir dem ausgesetzt sind? Das Ganze wird natürlich dann schwierig, sein Umfeld davon zu überzeugen. Wenn diese dann auch wieder sich vor dem Fernseher festsetzen und irgendwelche Aufnahmen sich angucken, was gerade passiert. Das heißt also, du musst dir jetzt mal überlegen, du wirst den gleichen Fall wie vor vier Jahren haben. Dadurch, dass eine unsichtbare Bedrohung sich gerade preisbar, das heißt, wir werden ABC-Alarme hören, werden dann aufgefordert, das Zuhause aufzusuchen, Fenster und Türen geschlossen halten. Jeder ist sich also wieder nur für sich für sich selbst eingeschlossen und eingeferscht, hat nur den Fernseher als Berichterstattung, kann sich mit den anderen nicht austauschen, das heißt, wir haben wieder im Grunde die gleiche Situation wie einen Lockdown, nur es wird nicht Lockdown genannt, sondern es ist auch wieder der Schutz vor der Außenwelt und dann wird auch alles, was im Fernsehen ist, das Gleiche wieder umsetzen, wie es vor vier Jahren gemacht wurde. Und da heißt es dann wirklich, sich gut drauf zu konzentrieren, was passiert da gerade und was passiert wirklich draußen, also was macht der Fernseher und was macht wirklich die Außenwelt, ja. Nun fällt mir noch eins ein, bezüglich radioaktive Verseuchung, ich habe neulich mal einen kleinen Film, einen Dokumentarfilm gesehen über Tschernobyl und wie die Natur so mit der Verseuchung umgeht. und jetzt könnte man sich vorstellen, dass da, was weiß ich, Rehe mit fünf Beinen, Hasen mit zwölf Ohren, Vögel mit zwei Köpfen etc. rumfliegen, all das ist nicht der Fall. Es wurden also überhaupt keine, es gab keinen Nachweis für irgendeine Art und Weise von Verkrüppelung von Grünzeug oder eben auch von Tieren etc. Das ist, finde ich, sehr seltsam, weil man uns ja eigentlich damit, gerade damit, unheimlich stark Angst macht, dass es die Genstruktur verändert und dass dann Geburten von Statten kommen, die ja Horror sein werden. Wenn ich mir dann weiter anschaue, wenn man sich heute Bilder anschaut von Hiroshima und Nagasaki, dann ist an derselben Stelle, wo in beiden Fällen eine Atombombe runtergekommen ist, die Städte wieder aufgebaut worden und ein ganz normales Leben findet dort statt. Und ich habe mal nachgeschaut, ob da die, ob es da Probleme mit Geburtenrate, Totengeburten, entstellten Kindern, die zur Welt kommen oder sowas, ob es da irgendwie was gibt. Gibt es tatsächlich nicht. Auf jeden Fall nicht in einer relevanten Häufigkeit, sodass man sagen würde, das ist darauf zurückzuführen. Kann man diese ganze Geschichte mit der atomaren Verseuchung, sollte man das hinterfragen? Was denkst du? Ja, ich sage jetzt mal, in dem Zusammenhang ist das doch ein guter Ansatz, da mal zu hinterfragen und zu überlegen. Ich will jetzt hier gar nicht irgendwelche Radioaktivität mies sprechen, ob es das gibt oder nicht. Genau. Ob es das gibt oder nicht, das ist ja auch immer viel im Thema und das war auch, weswegen viele sich gar nicht mit meinem Thema beschäftigen wollten, weil die sagten, ah, dieses Thema, das haben wir jetzt schon so oft gehört und gesehen, da geht es jetzt in dem Fall einfach mal nicht drum. Würde man jetzt zum Beispiel den Boden kontrollieren in Tschernobyl oder in Fukushima, wir selber machen es ja nicht. Wir kriegen ja einfach nur irgendwelche Daten genannt. Also Daten nennen kann man uns ja wie man möchte und es hieß doch auch schon in Tschernobyl, dass so und so viele Jahrzehnte oder hunderte von Jahre dort in diesem ganzen Umkreis doch gar kein Leben mehr existieren würde. Ich kann sich daran erinnern, das war ja auch so diese übliche Warnung, dass halt dieser ganze Kreis so kontaminiert ist, dass man kein Leben mehr existieren kann und auch nichts mehr wachsen würde und auch für ein Mensch und Umfeld kein Lebensraum mehr existieren kann. So und jetzt tauchen da plötzlich ja Tiere wieder da in den Wäldern auf. Ganz normal gewachsen, nicht mit irgendwelchen Beinen aus dem Kopf raus oder was ich was man da so denkt und diese Missbildungen, die ja jetzt dort auch nicht vorkommen, passierten also nur kurz nach dem Unfall. Das heißt also, zu dem Zeitraum der Einnahme von Lutabletten. So, dann sind natürlich die Menschen, die dort gelebt haben, sind entweder verstorben oder weggezogen, wo dann auch die Frage ist, können die überhaupt wegziehen, wenn die ja noch radioaktiv sind, wo sollen die hinziehen, die müsste man ja auch dann in einem Bunker einziehen lassen. Also das Ganze ist auch so ein bisschen fragwürdig, was Wald und Wiese da angeht von Ort und Stelle. Ja. Gut, nun haben wir beide kein Staatsabzahn in Atomphysik oder sonst irgendwas. Wir können auch nur spekulieren über die ganze Angelegenheit. Wie ich es anfänglich schon gesagt habe, du hast da ein paar Sachen aufgeschnippt und die sind dir einfach ja, die sind dir stark aufgefallen, dass da irgendetwas seltsam ist. Wir wollen jetzt die Zuschauer auch nicht hier in irgendeiner Form verunsichern, aber ich möchte nochmal ganz kurz zusammenfassen. Dass eine Holzfleck in irgendeiner Art und Weise mit Atomen zu tun hat, vonstatten gehen soll, das haben sehr viele Indizien in der letzten Zeit einfach gezeigt. Bis jetzt hat das nicht stattgefunden und wir wollen ja auch nicht spekulieren, ob das jetzt wirklich stattfinden soll, muss, wir können da nicht unsere Hand für ins Feuer legen, das. Es ist reine Spekulation auch von unserer Seite. Genauso wie die Jod-Tabletten, es kann sein, das, aber es muss nicht sein. Auch da sprechen einfach nur bestimmte Begebenheiten, bestimmte Indizien dafür, dass da eine Wahrscheinlichkeit da ist, jedenfalls eine Möglichkeit da ist. Und wenn wir uns betrachten, was unsere lieben Regierenden und die, die viel zu viel Geld haben, auf dieser Erde schon alles für kleine Schweinereien oder auch sehr große Schweinereien haben ablaufen lassen, dann sind auch solche Gedanken, die wir uns hier gerade gemacht haben, nicht unbedingt abwegig. Liebe Zuschauer, wenn ihr irgendetwas darüber wisst, da etwas gehört habt oder selber irgendetwas beobachtet habt, kombiniert habt, rausgefunden habt, lasst es uns gerne wissen. Marcel, hast du jetzt noch etwas, was du den Zuschauern gerne sagen würdest? Ja, dass jeder von euch bitte achtsam sein sollte, wer auch in den letzten Jahren schon hinterfragt hat, sollte es auch weiterhin tun, weitere Leute darauf zu anregen, dieses zu tun und ja, wirklich lieber zwei, dreimal nachdenken, bevor man falsch handelt. In diesem Sinne, das war meine erste Sendung mit Marcel Trior, hat mich wirklich sehr gefreut, würde mich freuen, wenn wir es nochmal sehen würden, hier vor der Kamera. Themen haben wir ja genug. Ganz genau. Und auch über andere Themen, die vielleicht angenehmer sind. Allerdings, ja. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht, kann man jetzt nicht so sagen. vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Lieber Marcel, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um dir deine Bedenken, und mehr ist das auch erstmal nicht, hier mitgeteilt hast in der Öffentlichkeit, sowas ist auch nicht so einfach, weil man ja, zieht damit natürlich auch Kreise an, mit denen man nicht unbedingt etwas zu tun haben möchte. In diesem Sinne, noch einen schönen Abend, Marcel, liebe Zuschauer, euch noch einen schönen Abend. Bis bald. Mir auch. Bis bald. Dankeschön. Das Video hat dir gefallen? Kommentieren, abonnieren, liken. Danke. COVIDNon認識.